Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal und damit auch einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Momentan traden wir bei ungefähr 16.800 US-Dollar. Wenig Veränderung, trotzdem neue Trades. Werden wir jetzt gleich nochmal alles besprechen. Doch bevor wir starten, lasst doch dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, gerne die Glocke aktivieren und in die Telegram-Gruppen, Link wie immer unten in der Videobeschreibung, gerne reinjoinen. Gut, und damit auch erstmal genug Werbung gemacht. Momentan, wie gesagt, 16.800 US-Dollar. Wenig Veränderung. Ich habe gestern Abend nochmal, oder was heißt gestern Abend? Ja doch, gestern Abend noch ein kleines Trade-Setup reingepostet. Long-Entry. Gerne, wie gesagt, unten reinschauen. Link unten in der Videobeschreibung zu der Talk- und Signalgruppe beziehungsweise der Analysegruppe gerne dazukommen. Warum dieses Setup? Das werden wir jetzt ganz genau mal angucken. Und zwar einerseits, wir ziehen unser Golden Pocket. Das liegt bei ungefähr 16.560 von dieser ganzen Aufwärtsbewegung. Wir sehen ja die letzten zwei Tage kaum Bewegung. Spricht für mich eher, dass wir nochmal runtergehen und die Liquidität holen. So. Warum die Liquidität? Einerseits des Golden Pockets, aber andererseits auch unserer Vektoren. Nicht auf dem 1-Stunden-Chart. Deswegen gehen wir mal ganz kurz zu den 15-Minuten-Chart. Denn da haben wir hier unten in blau eingezeichnet noch einen bei 16.483 US-Dollar. Und deswegen auch der Entry bei 16.490. Ist vielleicht ein bisschen eng gewählt, aber bei Vektoren gehe ich lieber ein bisschen auf Nummer sicher. Deswegen möchte ich hier nicht am Golden Pocket schon long gehen, sondern eher in Richtung Vektor. Da unten in den 15-Minuten-Vektor würde ich mir gerne holen und den Stop-Loss eben unter dieses letzte Tief gelegt. Hier liegt wenig Volumen. Trotzdem lieber mal ein bisschen auf Nummer sicher gehen. Ist ein Risk von 1,5%. Ich habe aber dazu geschrieben, dass eben die Position genauso groß sein sollte wie der Short. Das heißt, wir haben eigentlich null Risiko, weil die Position dann im Endeffekt als Hedge funktioniert. Aber so viel zu der Trade-Idee im Endeffekt. Das Golden Pocket, wie gesagt, ist mir ein bisschen einfach zu wenig. Also da liegt zu wenig Liquidität. Für mich eher wichtiger der Vektor. Dieser ganze Pump müsste einfach meines Erachtens aufgefüllt werden. Und das ist eigentlich am besten, wenn wir da unten den Vektor holen. Ansonsten, wie gesagt, kann ich mir dann gut vorstellen, dass wir hier eben runtergehen, den Vektor holen und dann hier oben nochmal einen neuen Anlauf starten. Zumindest in dem Bereich der 17.000 US-Dollar. Wir haben halt eben hier oben noch diesen Wig bei ungefähr 17.050 US-Dollar, wo wir ja unseren Short-Entry hier oben in der Nähe hatten. Und den würde ich mir gerne noch in Richtung Wochenende fischen. Ich erwarte über Weihnachten echt wenig Bewegung. Aber natürlich lassen sich dadurch auch die Kurse viel, viel leichter manipulieren. Das müssen wir natürlich auch dazu sagen. Also da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Ansonsten ist weiterhin das Ziel hier oben maximal die 17.270 US-Dollar. Wir können das aber alles heute Abend gerne nochmal ein bisschen ausführlicher besprechen. Heute Abend um 19 Uhr gibt es einen kleinen Weihnachtstream. Ich werde natürlich auch wieder die Christmas-Mütze aufsetzen. Also wer Bock hat, gerne heute Abend um 19 Uhr live dabei sein. Würde ich mich nochmal riesig freuen. Wahrscheinlich der letzte Livestream dieses Jahr, bevor wir dann nächstes Jahr ein paar neue Formate starten. Ja, und damit auch wieder zurück zum Chart. Wir gucken nochmal ganz kurz auf den Daily-Chart, ob wir hier noch irgendwelche Impulse sehen, beziehungsweise irgendwas Wichtiges. Auch hier nichts wirklich. Also wir konsolidieren hier momentan. Wichtig wäre einfach hier unten noch diesen Vektor zu holen, damit wir hier erstmal ein bisschen Luft haben. Vier-Stunden-Chart ebenfalls nicht aussagekräftig. Wir haben einfach nur diesen einen Widerstand hier oben in Form von dieser 3-Stunden-Supply bis ungefähr 17.100. Danach kann es relativ lot 17.3 bis ungefähr 17.6, wo dann unser übergeordnetes Golden Pocket liegt, gehen. Aber ansonsten sind die Umsätze sehr, sehr gering. Man sieht wenig Veränderungen. Beide Positionen laufen weiterhin. Da müssen wir jetzt nicht weiter rumtrödeln. Deswegen blicken wir auch hier auf Ethereum. Auch hier gibt es nichts Neues. Seit gestern habe ich ja gestern gemeint, okay, wir müssen hier unbedingt mal zumindest einen 1-Stunden-Close über die 1.217 US-Dollar schaffen. Haben wir nicht gemacht. Wir hatten weiterhin wieder nur so einen Mini-Wig, der genau an die Oberkante gegangen ist. Ansonsten tut sich hier auch wenig. Ziel auch weiterhin nach unten hin ist erst einmal hier diese 11.190 US-Dollar, weil wir hier so einen kleinen Support haben. Übergeordnet würde ich dann sagen, die 1.180 US-Dollar hier unten, dieses Golden Pocket. Auch hier, kurzer Blick in den 1-Stunden-Chart. Wir schauen uns die Vector-Candles an, ob hier irgendwelche Übereinstimmungen sind. Also im 1-Stunden-Chart haben wir schon mal keine grundsätzlichen Guteszeichen. Trotzdem lohnt sich immer der Blick auf den 15-Minuten-Chart. Auch wenn das nicht gang und gäbe sein sollte, aber um die Vektoren zu bestimmen, sollte man auf jeden Fall in die kleineren Timeframes gehen. Da sehen wir auch, okay, beim Golden Pocket bei ungefähr 1.176 US-Dollar wäre noch eine kleine Vector-Candle. Die wäre meines Erachtens wünschenswert noch zu holen. Müssen wir mal gucken, wie sich das ausgibt. Hier habe ich noch keinen Short offen, bin aber am Überlegen, ob ich hier noch einen Short-Entry für uns rein stelle. Ich bin hier wirklich die ganze Zeit zu Zwiegespalten. Wenn wir einfach einen Stop-Loss hier drüber machen über die 1.234, würde das relativ viel Sinn ergeben. Risk ist unter 2%, also würde es sich sehr, sehr gut geben. Und ich sage mal, von der Win-Rate wäre es zumindest sehr wahrscheinlich, dass wir uns Take-Profit 1 holen, Take-Profit 2 und dann mal schauen, ob wir überhaupt in Take-Profit 3 kommen. Aber hier unten in dem Bereich würde ich dann gerne für wieder so einen Switch nutzen, für eine kleine Long-Position ab dem Golden Pocket. Hier würde ich aber gerne vor das Golden Pocket gehen, weil wir da noch so ein korrektives Hoch hier haben, wo vorher schon ein bisschen Support reinkommen könnte. Und da müssen wir immer ein bisschen aufpassen. Je nachdem, wo dann Bitcoin natürlich liegt, ich vermute, dass wir nicht mal darunter kommen, sollte Bitcoin nur in Richtung 16.400, 16.300 US-Dollar kommen. Glaube ich nicht, dass wir Ethereum hier unten sogar sehen. Aber müssen wir dann gucken, prozentual können wir uns das Ganze mal angucken, was es bedeuten wird. Da wäre ungefähr ein 2% Pump. Ja, wird kritisch, sage ich mal, bei Bitcoin, wenn Bitcoin nur, sage ich mal, auf die 16.400 US-Dollar geht. Gut, somit auch Ethereum abgeklappert. Wie gesagt, momentan gibt es wenig zu sagen, ansonsten werde ich natürlich alles in die Telegram-Gruppe updaten. Wir schauen uns nochmal ganz kurz Filecoin an oder Philcoin, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Wurde sich nämlich gewünscht, also auch wenn ihr irgendwelche Altcoin-Wünsche habt, gerne in die Kommentare reinschreiben. Darauf bin ich sowieso zukünftig angewiesen. Hat aber einen anderen Grund, das werde ich so Richtung Weihnachten rum bekannt geben. Da wird es dann nochmal eine kleine Ankündigung geben. Aber wie gesagt, wir sind jetzt unter unseren Support gefallen. Also wir haben ja schon des Öfteren darüber gesprochen. Wir gehen mal ganz kurz auf den Eintagestimeframe, dass wir hier ein riesiges Falling Wedge hatten. Wir sind jetzt einfach da drunter gebrochen bei Philcoin. Ja, also auch hier, weil mir immer wieder gefragt wurde, wie sieht es denn aus mit Entries und so. Momentan erstmal so ein bisschen Konsolidierung. Wenn wir jetzt hier wieder ins Pattern-Geschäft reingehen, blicken wir ganz kurz wieder auf den 4-Stunden-Timeframe, sehen wir auch hier mehr Konsolidierung als irgendwelche Bewegungen. Wir gucken jetzt mal ganz kurz. Also das mal im Blick behalten, dieses Symmetrical Triangle, auch wenn für mich das Risiko, dass es nochmal deutlich nach unten geht, hier in dem Bereich der 2,36 Dollar, viel, viel höher ist, weil wir einfach diesen langen Wig haben. Und ihr kennt es, normalerweise werden eben diese langen Wigs mit sehr, sehr viel Volumen immer wieder gerne von den Market Makern gefüllt. Und dieser Wig hier unten, also für mich spricht eher danach, dass wir dieses Symmetrical Triangle einfach nach unten hindurch brechen und dann das Preisziel würde ich jetzt nicht danach gehen. Für mich erst das Preisziel auf jeden Fall die 2,37 Dollar. Aber übergeordnet sind wir jetzt auf jeden Fall bearish. Wir haben im Log-Chart unser Falling-Redge nach unten hindurchbrochen. Nicht gut. Alles, was jetzt eingekauft wird, ist jetzt einfach pure, ich sage jetzt einfach mal Fantasie. Macht wenig Sinn. Aber ansonsten vielleicht heute Abend dann nochmal, wie gesagt, im Livestream, da haben wir dann mehr Zeit, um uns nochmal die Altcoins ein bisschen genauer anzugucken, eure Ideen vielleicht noch mit reinzubringen. Und was ich auch noch gerne jetzt ins Video mit reinbringen würde, wäre gern Hedara. Hedara kommt später noch in eine ausführliche Chartanalyse bei CryptoGuru. Habe ich gerade geschrieben, aber wollte ich euch nicht vorenthalten. Und zwar, wir haben ja auch schon mal im Livestream darüber gesprochen, diese Zone hier, diese grüne Zone, extrem wichtig. Wir haben hier eine Ineffizienz, wir hatten hier sehr, sehr viel Volumen. Das wurde jetzt gefüllt. Wir haben auf dem Daily-Time-Frame einerseits eine Bullish Divergence, wir haben auch hier dieses Falling-Redge. Also für alle, die in Hedara investiert sind, Kaufzone wurde jetzt bei mir gehittet. Also ich bin jetzt auch in Hedara drin, wollte ich nur ein Update geben, weil eben diese grüne Kaufzone getroffen wurde. Und das müssen wir jetzt mal im Blick behalten, weil da besteht jetzt wirklich noch die Chance, dass wir jetzt in den nächsten Tagen, ich sage jetzt mal in einer Woche, spätestens ausbrechen könnten, sollten die Märkte positiv reagieren. Da müssen wir jetzt mal gucken, jetzt über Weihnachten, wie gesagt, sind die Umsätze sehr gering. Aber ich würde es hier nicht ausschließen, aufgrund dieser Bullish Divergence, ausgrund des Supports und auch aufgrund dieser Ineffizienz, die jetzt gefüllt wurde. Also Hedara würde ich auf jeden Fall mal im Blick behalten und möglicherweise sogar noch einen Swing-Trade eingehen. Aber wie gesagt, da werde ich euch dann auf jeden Fall in der Gruppe auf den Laufenden halten. Das möchte ich jetzt noch nicht sagen, weil mir das noch ein bisschen zu früh ist, weil sich die Divergenz erst jetzt gebildet hat und ich den Coin heute das erste Mal seit langem wieder im Blick hatte. Aber das behalten wir auf jeden Fall im Blick. Und dann kommen wir noch ganz kurz zu den News. Indien, Zentralbank warnt, dass Kryptowährungen die nächste Finanzkrise auslösen könnten. Nee, das glaube ich nicht. Glaube ich nicht, aber gut. Gut, lest euch den Artikel gerne durch und ansonsten gibt es von meiner Seite aus wenig zu sagen. Ich glaube, heute kommt das Vector Candle Videos. Ich glaube, ich sage das seit Tagen, dass das kommt. Aber ich glaube, heute wird das auf jeden Fall kommen. Ansonsten heute Abend, 19 Uhr, freue ich mich auf den Livestream mit euch. Letzter wahrscheinlich des Jahres. Und ja, dann war es das von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Like da lassen, Abo da lassen. Gerne in die Telegram-Gruppen kommen. Würde ich mich freuen. Und dann hören wir uns später wieder oder heute Abend. Bis dahin. Ciao, ciao und stay crypto.